Wir spüren den Atem, wenn die erste Kerze brennt. Besonderes liegt in der Luft, ein Hauch von eben Tannenluft. Es gibt was in der Luft, ein Hauch von Tannenluft. Ich finde das Lied so schön, weil das öffnet die Herzen sehr weit und Tannenluft, ich liebe einfach Tannenluft. Und wenn die vierte Kerze brennt, dann feiere ich so doll, wie ich kann, weil ich es sehr schön finde. Wir spüren den Atem, wenn die erste Kerze brennt. Besonderes liegt in der Luft, ein Hauch von eben Tannenluft. Es gibt was in der Luft, ein Hauch von Tannenluft. Berdorf. Torsten. Vielen Dank.